Das war der Cup Final im 1986, wo wir gegen Servet 3-1 gewonnen haben. Ein schwieriger Moment war sicher, wenn wir im Viertelfinal ausgeschieden sind, im Europacup gegen Lokomotive Leipzig. Das war die Mannschaft in 1984, die das Glück hatte, Atletico Madrid in Europa zu geben, und dass sicher die Mannschaft auch nur ein Valeser bestanden hat. Eine schöne Erinnerung war sicher der Match in Bera, der gegen die Russen hatte, für die WM-Einscheidung in Mexiko vor 8 auf 30 zu erscheinen. Eine schlimme Erinnerung war sicher, wenn ich die Rotkarte mit der Nationalmannschaft im Neustadtel gegen Malta bekam. Es sind viele Spieler, die das sicher verdienen, aber ich glaube, wenn man alles in Anbetracht zieht, ist das der Alain Geiger. Also im Moment würde ich sagen, dass das der Celso Fernandes ist, der in Frankfurt spielt. Das ist ein WM-Einscheid. 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 Das ist ein WM-Einscheid.